hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute gibt es gleich drei testvideos von mir und zwar machen wir uns das einfachen drehen einfach das prospekt das ich hier zu händen habe einfach mal um auf dem ihr drei neuheiten seht einmal die queen of the night für 1999 bauform absolut gleich und schuss folge auch fast was heißt fast ist eigentlich so wie die casino royal ad es dicke werter hier wird halt aber der fokus mehr auf gold effekte gelegt beziehungsweise soll so sein werdet ihr auf jeden fall gleich sehen im anschluss des testvideos auf jeden fall habt ihr hier auch bis zu 500 gramm effektmasse 36 schuss lange brennenaufwand oder 20 sekunden und ein kaliber von 25 mm aber schaut euch mal das teil an es soll für die damenwelt speziell kreiert worden sein ja schaut euch das mal an und bewertet das ding so 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 Das war ein gelieblich. 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 Das war ein gelieblich.